Hallo Mädels und Jungs, heute zeige ich euch, wie man mit Autozubehör Eier zu Ostern nicht ausbläst, sondern aussaugen lässt und das geht recht einfach mit diesem Ding hier, das ist eine Vakuumpumpe, der Behälter, dann braucht ihr diesen Behälter hier, der wird so drauf gemacht und hinter diesem Behälter kommt dann der Schlauch und hier gibt es verschiedenstes Zubehör, Adapter und wir brauchen hier so einen, denn der passt am besten hier aufs Ei drauf. Den geben wir drauf und dann benötigen wir noch einen Eieröffner oder eine Pin. Wir brauchen dann so eine Pin, von einer Pinwand, mit der können wir das Ei ganz gut anstechen, machen ein Loch hinein und das natürlich auf beiden Seiten, auf einer Seite machen wir das Schlauch etwas größer, damit wir mit unseren Spitz hinein fahren können und wenn wir hinein gefahren sind können wir das Ei komplett absaugen. Das Ei wandert dann in diesen Behälter hinein. Kör 2, Vom Manifest und das Ei amendment zur Kebeneinander zu 1000 ca'veur Kör 2, Kör 2, Kör 2, Kör 2, Kör 2, Kör 1, Kör 3, Kör 3, Kör 2, Kör 2, Kör 1, Kör 1, Kör 1, Kör 1, Kör 2, Kör 2, Kör 1, Kör 2, Kör 2, Kör. Und dann bekommt ihr ein perfekt ausgesaugtes Osterei. So und damit habt ihr nicht ein Ei ausgeblasen, sondern ihr bekommt ein perfekt ausgesaugtes Ei und habt es natürlich aussaugen lassen.